Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zum neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Sander Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den West Wing Adventskalender und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der West Wing Adventskalender ist leider aktuell schon wieder ausverkauft, kostet in dem Sinne ja leider, ja, sorry, 149 Euro. Aber wenn er euch gefallen sollte, dann merkt ihn euch auf jeden Fall fürs nächste Jahr vor, denn ja, es ist ehrlich, jedes Jahr ein Klopper. Letztes Jahr habe ich ihn leider nicht mehr bekommen, dieses Jahr war da ein richtiger Run drauf und ich habe immer wieder aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren gemacht, bis er endlich wieder verfügbar war und ich ihn dann bestellen konnte. Habe das dann auch parallel auf Instagram geteilt, falls du mir dort folgen möchtest. Ich heiße aidoigp, Claudi rückwärts unten p dahinter, denn wenn ich Wind von solchen Aktionen bekomme, teile ich das natürlich auch mit der Community, mit euch, damit ihr auch eine Möglichkeit habt, den Adventskalender halt zu bestellen. Denn ich weiß, ihr seid genauso verrückt wie ich. So, ja, ich bin ein bisschen, oh mein Gott, ich bin eben wie ein kleines Mädchen in der Gegend gehopst, als der Adventskalender geliefert worden ist und mein Freund hat mir auch schon einen Vogel gezeigt. Ne, schaut so aus. West Wing ist, glaube ich, halt auch einfach so ein relativ hochwertiges Einrichtungs-Online-Shop-House. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen richtigen stationären Laden haben, weiß ich gar nicht. Übrigens, der Höfner Adventskalender, den ich euch ja auch schon vorgestellt habe, der richtig geil war, auch übrigens 149 Euro, ist aktuell stationär, super, super, super überall, auf 79 Euro reduziert, hammerhart. Und manchmal findet man den sogar noch online auf der Höfner Homepage. Mega krass, also 70 Euro günstiger als zu dem Preis, wo ich ihn gekauft habe. Dementsprechend schaut da gerne nochmal nach, falls euch das interessieren sollte. Ich habe euch das Unboxing auch verlinkt. Jetzt habe ich so lange gelabert. Wir schauen jetzt in die Nummer 1 rein. Oh, wow. Nicht leckern, sondern klotzen. Was ist das denn? Ohne Witz, ne? So was kriegst du nicht alle Tage aus Adventskalendern. Äh, Kähler, Hammer, Hammers, Heu, keine Ahnung, Christmas. Was bist du denn? Ich weiß es noch nicht. Wir müssen es mal auspacken. Oh ja, wie geil ist das denn? Ich meine, zieht euch das mal rein, ne? Das ist richtig geiles Weihnachts-Keks-Dosen-Design. Und dann hast du noch eine zweite Box da drin, auch mit so einem hübschen Design. Also Keks-Dosen-technisch wären wir dann, den Möben wären wir dann gut ausgestattet, ne? Ja, der Deckel ist so ganz anders, ne? Das ist, normalerweise kennt man Deckel anders, aber cool. Für die Nummer 2 muss ich ein bisschen aufstehen, denn die ist hier oben dran. Okay, es ist leider nur Design, aber ich hätte mich hart gefreut, wenn das wirklich ein Nussknacker, Nussknacker gewesen wäre. Ähm, das hier ist aber einfach nur so eine Goldstatue von einem Nussknacker. Äh, wunderschöne Weihnachts-Deko. Wir stehen auf kitschig zur Weihnachtszeit tatsächlich. Also das ist 1a. Mein Freund wird es hart feiern, denn der ist noch kitschiger unterwegs als ich. Ähm, ja, ne? Ähm, nice. Auch die Nummer 3 habe ich oben im Adventskalender gefunden. Shoppingboard-Tot. Oh, 13x23x1cm. Brost Kopenhagen. 100% FSC-Holz. Ja, läuft, ne? Das ist ja witzig. Und das ist einfach so ein Brettchen. Da kannst du was drauf servieren zum Beispiel. Oder dein Brot da drauf schmieren oder so. Oder bösen Leuten die den Arsch versorgen. Nein, ähm, ja, finde ich wirklich cool. Also ich mag solche Brettchen, ne? Die Nummer 4 ist ziemlich klein, aber erfahrungsgemäß wird hier auch Schminke und Beauty drin sein. OBI Nail Lacker. 15ml ist eine Originalgröße. Und hier haben wir die Farbe Big Apple Red. Ja, den habe ich glaube ich sogar schon da. Eine schöne Farbe, ein tolles Weihnachtsrot. Passt auf jeden Fall. Und ich finde es unfassbar witzig, dass sowas in einem West Wing Adventskalender drin ist. Aber das hat mich die letzten Jahre schon immer wieder amüsiert. Also von daher, ich finde es cool. Das ist ja mal richtig cool, ne? Ich stehe ja so auf Kerzen. Und nee, ist das eine Kerze oder ist das was zum Hinhängen? Nee, das ist eine Kerze. Klar, hier oben ist ein Doch dran, ne? Und das ist so eine coole Kerze. Schaut euch die mal an. Das ist so eine Tannenbaumkerze. Ich feiere die hart. Muss ich wirklich sagen. Ich finde die wirklich geil. Die nächste Tür wird uns den Nikolaustag eröffnen. Ich finde, ohne Witz, ne? Wenn man so einen Adventskalender auspackt und einfach so einen riesen Karton dann auch rauszieht, das ist direkt schon ein geiles Gefühl. Oh mein Gott. Ist das schön? Oh mein Gott, ist das schön. Das ist eine wunderschöne Vase, Leute. Ich mag die gerne leiden, ne? Die ist halt zylindrisch, also wirklich rund und gerade. Und hier oben drauf, das erinnert mich so ein bisschen an quasi, was meine Großeltern so zu Hause designtechnisch haben, ne? Ich finde das so ein bisschen retro. Mag ich gerne leiden. Cool. In der Nummer 7 haben wir etwas sehr pragmatisch, aber witziges. Keine Ahnung. Also du ziehst ja erstmal so eine fette Vase raus und dann kommt so ein kleines Lumifie da raus, ne? Witzig. Lumineo. Das ist eine Flaschenbeleuchtung. Finde ich persönlich witzig. So kannst du nämlich deine alten Flaschen halt recyceln, ne? Finde ich ganz cool. Acht LEDs hast du hier drin. Und ja, finde ich super süß. Wirklich. Also eine knuffige Geschichte. Und wirklich schön auch für einen Adventskalender. Ne? Ich mag's. Ja, ich finde es tatsächlich ziemlich ulkig, wie bunt dieser Adventskalender befüllt ist, ne? Das ist so, weiß ich nicht, irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde es witzig. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, weil Sammy da auch Geburtstag hat. Ich glaube, es ist das machen. Und hier haben wir etwas Eingepacktes drin. Also als ob die gewusst hätten, dass Sammy an dem Tag Geburtstag hat, ne? Leute, ich beschwere mich doch immer wieder darüber, dass es halt super viel Deko und Klimbim gibt, wo Katzen drauf sind. Aber Hunde hast du nirgendwo drauf. Und tatsächlich, passend zu Sammys Geburtstag, haben wir hier Kissenhüllen. Eine Kissenhülle drin. Und was ist drauf? Ein Hund. Und ho, ho, ho. Also wenn das nicht seinen Weg perfekterweise zu uns gefunden hat, oh mein Gott. Und ich finde, dieser Hund sieht Sammy schon, ja, nein, nicht wirklich ähnlich, weil es ist eher ein Dackel. Aber trotzdem, ne? Es ist halt ein heller Hund, Leute. Und es ist eine tolle Kissenhülle. Also sehr, sehr, sehr angenehmer Stoff. Ich habe jetzt hier auch noch eine Pappe drin, deswegen ist es hier gerade ein bisschen steiver, ne? Aber schön weich und so. Das kommt definitiv auf eines unserer Couchkissen. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Deko-Christmas-Mix-Paper-Creatively-Handcrafted-Broste-Kopenhagen-Gelandefreund. Das ist so ein Stern. Ja, ne? Es ist ganz, also wenn man das halt ausklappt, sieht das dann so aus. Theoretisch kann man da auch ein Licht dranhängen. Also wir haben sowas auch immer bei uns in den Fenstern hängen, aber in viel, viel größer. Und dann haben wir da so eine Lampe drin, die das Ganze so illuminisiert. Ja, ich glaube, das packe ich aber weiter in den anderen Adventskalender rein. Broste-Kopenhagen, wie gesagt, 15 Zentimeter Durchmesser, ne? Jo, kann man machen. Finde ich jetzt nicht so ganz spektakulär. In der Nummer 10 können wir ein Schächtelchen sehen. Das ist ja schon mal süß, ne? Prantel-Christmas. Oh, haben wir hier, ah, fünf Klappkarten. Das finde ich ja cool. Oh, das finde ich cool. Ja, Weihnachtskarten kann ich immer gut gebrauchen. Und hier haben wir drin, das kann ich ja mal hinten zeigen, ähm, ja, die fünf verschiedenen Motive. Huch, das finde ich ganz süß. Personalisierte Drucksachen und Lederaccessoires seit 1797. Äh, gibt's bei Prantel.de auch. Und das ist echt hochwertig hier reingemacht, muss ich sagen, ne? Finde ich ganz cool. Da hast du auch die Kuverts mit dabei, die Briefumschläge. Ähm, das gefällt mir. Werde ich auf jeden Fall dieses Weihnachten beschriften und, äh, ja, quasi an Geschenke dran machen. Das gefällt mir. Cool. Hä? In der Nummer 11 haben wir so Fridge-Eco-Balls drin, also Kühlschrankbälle. Ist das, damit da ein bisschen mehr Frische dran kommt? Das muss ich gleich mal, äh, evaluieren. Kühlschrank-Öko-Kugeln, damit Lebensmittel länger frisch bleiben, beseitigen schlechte Gerüche. Finde ich klasse. Wir haben meistens nicht so ultra viel bei uns im Kühlschrank drin, weil wir ja HelloFresh-Kunde sind. Das heißt, wir kriegen samstags die Box, dann ist unser Kühlschrank halt immer relativ gut befüllt. Aber, ähm, jetzt gerade, wo ich das Video drehe, haben wir Donnerstag, da haben wir alle Gerichte aus der Box gekocht. Da ist ja nicht mehr allzu viel drin. Ähm, aber ich finde das immer ganz praktisch, wenn man solche, äh, Kühlschrank-Deos und sowas hat. Sowas verwenden wir auch normalerweise von DM. Aber, ja, wenn das ja auch noch ökologisch ist, ne, warum nicht? Ich weiß ja nicht, wie lange sowas dann hält. Aber finde ich cool. Doch. Erwin braucht definitiv einen Drehteller, Leute, ne? Denn ich, äh, hab hier gefühlt, äh, jede Zahl auf einer anderen Seite. Zur Halbzeit, in der Nummer 12, haben wir schon wieder so ein Kästchen. Bright Sky, 150 Gramm, 15, 15 Stunden Sended Candle. Coolio. Oh, ich mag so gerne Duftkerzen oder halt generell Kerzen. Jetzt gerade so zur kalten Jahreszeit. Wir haben die überall stehen und die sieht sehr schön aus. Die mag ich gerne leiden, ne? Die erinnert so ein bisschen an Yankee Candle vom Design her. Und riecht einfach sehr frisch, nach frisch gewaschener Wäsche, so nach Baumwollduft. Das mag ich gerne. In der Nummer 13 haben wir noch ein Kästchen drin. Und hier steht drauf, Lingby Porcelain. Okay, seit 1936, äh, in Dänemark. Rombe, Bomble. Nein, echt, weiß nicht. White Handmade Porcelain. Okay, hier ist eine Kugel drin. Wir haben immer bei uns einen Tannenbaum stehen, weil wir das einfach gemütlich finden, ne? Und, ähm, ja, dann wird diese Kugel auch dort dieses Jahr ihren Platz finden. Und das ist aus Porzellan. Das finde ich ja auch ziemlich fancy, ne? Da dürfen wir die nicht allzu tief aufhängen, weil wenn Sammy am Baum vorbeigeht, dann macht's einmal Klimm-Bim. Und die ein oder andere Kugel kann dann auch mal runterfallen. Äh, ja, finde ich schön. In der Nummer 14 haben wir ein kleines Produktchen von Aveda drin, also ein bisschen Beauty. Botanical Repair Strengthening Leaf-In Treatment. Und da sind 25ml drin. Das ist quasi ein Produkt, was die Haare stärken soll. Und was man dann quasi nach der Haarwäsche einfach reinmacht. In die Längen so, ne? Und in die Spitzen. Und das soll das Ganze dann reparieren. Ja, so ein bisschen Beauty für die Haare schadet nie. Wieder so was Großes haben wir in der Nummer 15. Ist das ein Mini-Gugel-Haus? Nein. Was ist das? Äh. Ist das ein Kerzenhalter? Würde Sinn ergeben, ne? Aber was mache ich denn dann außenrum zu? Wahrscheinlich machst du dann außenrum zu ein bisschen Deko oder so, ne? Hm, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so hübsch. Oh, das ist schön. Äh, in der Nummer 16 haben wir so ein Salat-Besteck drin. Oder so ein Servier-Besteck ist es ja eigentlich, ne? Und das ist jetzt in Gold, also Goldfarben. Ähm, ja, doch, Salat-Besteck steht hier hinten drauf. Oh, und das hat wirklich, also, Qualität, muss ich sagen, ne? Also hier dieser Stiel, wo ich da anpacke, ist richtig schwer. Also ich mag das Leiden. Das ist natürlich ein bisschen, äh, abgefahren, weil wir haben bei uns alles in, äh, normalem Stahl, also in, äh, in Silber. Aber einfach so als Eye-Kitscher zwischendrin finde ich das ganz cool. Ja, in der 17 haben wir was drin, was ich kritisch finde, und zwar sind das Nahrungsergänzungsmittel. Finde ich persönlich haben im Adventskalender einfach nichts zu suchen, nur weil man halt nie weiß, ob, ähm, tatsächlich der Mensch, der den Adventskalender öffnet, das auch wirklich essen sollte, ne? Weil nicht, dass man irgendwie eine Überdosierung oder so an, ähm, Vitaminen, wie auch immer, zu sich nimmt. Deswegen, bevor man sowas verwendet, bitte immer erst den Arzt konsultieren und ein Blutbild machen lassen. Hier steht auch extra drauf, Nahrungsergänzungsmittel hochdosiert, nur ein Stück am Tag. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Hey Sunshine, Sun-Vitamin, Vitamin D. Ja, Vitamin D ist, äh, wirklich wichtig und sollte man auch, ähm, zusehen, dass wenn man einen Vitamin-D-Mangel hat, dass man das auch zu sich nimmt. Man sollte es aber nicht aufgrund von, hey, da ist ein fancy Bärchen drauf nehmen, sondern aufgrund von, mein Arzt hat mir gesagt, ich habe einen Vitamin-D-Mangel und ich sollte Vitamin D nehmen, ne? Immer sehr wichtig und drauf achten. Und, äh, genau, hier sind halt super süße Bärchen drin und die kann man dann zu sich nehmen und dann freut man sich, ein Keks. Ne? Kritisches Produkt, aber, ja, für den einen oder anderen doch sehr praktisch. In der Nummer 18, äh, zum Start in die Weihnachtswoche, haben wir hier auch eine kleine LED-Kette mit dabei, Lichterkette. Wieder von Lumineo, Micro-LED, 20 LEDs sind hier drin, 93 cm, 95 cm ist das Ding lang. Ähm, und das ist eine Lichterkette. Jo, finde ich ganz süß, ne? Kann man wohl machen. Da kommen drei Doppel-A-Batterien rein und dann hat man halt hier so eine schöne Lichterkette drin. Denn, da ist die Lichterkette kleiner als die, das Batterienfach, finde ich immer super witzig. Aber gut, ja, kann man auf jeden Fall machen. Ich empfehle bei sowas dann wirklich Akkus zu verwenden. Das Ganze ist dann so ein bisschen nachhaltiger, als wenn man dann immer, äh, quasi Batterien nimmt, die man aufladen muss. Ja, finde ich aber ganz schön und passt in den Adventskalender, auch wenn es quasi die zweite Lichterkette ist, die wir in diesem Adventskalender drin haben. Auch die Nummer 19 ist wieder so ein Kästchen. Nehmen wir das Kästchen mal aus einer Verpackung. Yatzi, Creating Memories, Vinga, bitte. Was ist das? Keine Ahnung. Also mir verrät die Verpackung nicht, was drin ist. Oh, das ist ein Spiel. This is not a toy. Ach so. Entschuldigung. Okay. Hä? Keep away from children. Warum ist das kein Spiel? Aber ich dachte, ist das kein Spiel? This is not a toy. Keep away from children. Warum? Also hier sind Würfel drin und ein Stift. Hä? Warum ist das kein Spiel? Ähm, dann stehen hier auch die Spielregeln drin. Und, äh, ich, da kannst du hier, äh, große Straße, kleine Straße und so weiter, ne? Wie heißt das nochmal? Kniffel. Ist das nicht einfach Kniffel? Ich würde sagen, es ist Kniffel. Kann man auf jeden Fall gut machen. Und gerade so zum Start in die Weihnachtswoche oder zum, ne, in der Weihnachtswoche drin, ähm, kann man das ganz gut verwenden. Weil, äh, da kommt ja die Familie zusammen und wenn man sich nichts zu erzählen hat, kann man halt Kniffel spielen. Ha! Auch gut gesagt, ne? Nein, aber da spielt man doch öfters Gesellschaftsspiele. Okay, das ist witzig. Ich habe letztens erst so eine Reibe für meinen Freund gekauft. Ach Mist, der wollte nämlich so eine haben und jetzt habe ich tatsächlich hier im Adventskalender eine drin. Mist, Mist, Mist. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Äh, ja, das ist halt super praktisch. Du kannst damit, ähm, Zitronenschale abreiben oder du kannst damit zum Beispiel, ähm, hier Muskatnuss reiben und so weiter, ne? Ist total klasse. Ist von Microplane, the original. Ist so traurig gerade. Irgendwann kannst du auch damit reiben. Ach man. Äh, ja. Und er hat es letztens erst gekauft. Ja, äh, da dumm. In der Nummer 21 haben wir etwas eingepacktes, was ganz leicht ist. Oh nein! Das ist aber kitsch, Leute, ne? Ist das einfach eine Avocado? Ha! Scheibenkleister. Hänge ich mir ernsthaft eine Avocado in meinen Tannenbaum? Ich weiß es nicht. Ha! Also ich habe ja schon gesagt, wir sind kitschig unterwegs, aber das ist echt high level an Kitsch, ne? Feier ich. Also ich finde es extrem witzig und ja, es ist eine wunderschöne Avocado. Ist das nicht hübsch? Und... Ey, ganz im Ernst, ne? Oh, es hat Glitzer dran und es ist grün. Es ist wunderschön, ne? Aber es ist halt einfach ein Avocado. In der Nummer 22 haben wir was von Wonderbar hier drin. All I want for Christmas is you naked. Oh, Hand and Body, 100 Gramm Cinnamon and Chocolate Soap. Hä? Okay, also das ist wahrscheinlich eine, ähm, hier, Körpersaubermach gedünsen, ne? Äh, natürlich vegan und cruelty free. Ja, natürlich. Das finde ich auch ziemlich witzig. Es gibt ja auch die Marke, äh, hier, I want you naked. Also von daher ist es wohl ganz knuffig. Oh, riecht hart nach Zimt. Aber sehr, sehr angenehm. Also finde ich ziemlich witzig, ne? Also das feiere ich auch hart, weil es passt einfach für mich ziemlich. Von Ginger Ray, ein Headband, also quasi ein Haarreifen. Gold Metal Ho 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 Headband. Hihi, hihi. Ich lieb's. Ich werde Weihnachten sowas von tragen. Oh mein Gott, ich lieb sowas wirklich. Ich find's großartig. Ich könnte das safe sogar zusammen mit der Mütze so tragen, ne? Aber ihr würdet das gar nicht so gut sehen können. Muss ich nochmal gucken, ob man das irgendwie, aber das tut an den Ohren dann irgendwann weh, weil das hier auf den Ohren drauf ist. Ähm, ist auf jeden Fall cool. Kann ich mir auch als Schminkhaarreifen für mich sehr gut vorstellen. Äh, feiere ich hart. Finde ich klasse. 1A. Ho 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 Haarreifen ist am Start. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier, äh, an, hier Heiligabend drin haben. Und das ist von der Marke Kellen. Oh, das ist ein Stirnband. Und das ist so unglaublich weich. Ich lieb's jetzt schon. Oh, und guckt euch das an, wie schön das ist. Es passt so mega gut zu meinem, äh, grauen Wintermantel, den ich aktuell halt auch immer trage. Und ich finde das so beautiful. Oh mein Gott. Ich lieb's. Was ist das bitte schon für ein Material? Es ist so weich. Ähm, ja. 70% Kaschmir und 30% Wolle, natürlich. Und das, das fühlst du, ne? Hammer. Wie geil ist das bitte? Das ist bestimmt auch nicht günstig. Ich glaube, meine Begeisterung für diesen Adventskalender konnte ich echt schwer verstecken, ne? Natürlich sind hier so ein, zwei Produkte bei gewesen, wo ich gesagt habe, naja, jetzt nicht unbedingt cool, ne? Aber trotzdem finde ich für 149 Euro den Adventskalender ziemlich geil. Ich fand den von Höfner tatsächlich noch ein bisschen besser. Also falls ihr den noch kriegen solltet, haut rein und holt euch den auf jeden Fall. Da könnt ihr euch auch mal in meinem Unboxing-Video angucken, was da so drin war. Spoiler, ich hab von mehreren jetzt schon gehört, dass die in dem Kläppchen Nummer 24 das Produkt doppelt drin hatten. Da gab's wohl einen Packfehler, Leute. Ähm, den fand ich aber richtig gut, ne? Also ich liebe die Produkte. Ich werde gleich meinen Freund hier in das Zimmer reinholen und dann gucken wir uns den Adventskalender-Inhalt nochmal gemeinsam an und stöbern durch und so. Und ja, ihr Lieben, ich wirklich bin begeistert, werde mir den Save nächstes Jahr wiederholen. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr auch schon den Adventskalender euch bestellt habt oder falls ihr den verschenken werdet oder falls ihr den schon mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder so hattet und wie ihr den so fandet. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!